Oh Baby, Han is the best in den Kopfhörern gespielt. Cool geht Lodi mal rein. Hey und herzlich willkommen zur ersten Runde von Han Shattern. Der Cookie und ich spülen das heute, wir haben das noch nie gespült. Ich habe vor 8 Monaten das Spiel in meine Wunschliste hinzudrafen. Wir haben uns das gestern gekauft. Und dann schauen wir mal wie das Spiel so funktioniert. Hallo. Genau. Perfekt. Jihaw. Ja du musst deinen Jäger rekrottieren. Ja ich hab da gerade unabsichtlich drauf gedruckt neue Rekruten. Was will ich denn? Ich habe eh fast das gleiche. Machete oder Pistole? Machete. Elektrische Lampe? Nein die haben alle ganz was anderes Alter. Wir haben sie ja. Erste Hilfe gibt es in Lamander. Die Fernrohr brauche ich wohl nicht oder? Das ist das beste was es gibt. Guck ich nehme das erste Hilfe Kit ok? Kann ich die reizen? Hey die können sie ja beide jetzt das Hilfe Kit machen. Und dann machete. Machete ist super. Ja. Oder? Das ist der teuerste fast. Ja ich. Wen spielst du? Ich spiel den. Show one headshot. Wir sind ein bisschen schwarz. Was hast du für Waffen solltest? Ein Winfield. Das haben bei mir alle. Nein einer hätte eine Handcannon. Ich glaube ich spiel auch für den teuersten oder? Ich spiel den zweiten ersten. Fangen wir schon. Leber eins. Schaut lustig aus. Ich habe Salamanter. So ich spiel immer mit Schrautflinten. Ja perfekt du spielst mit Schrautflinten. Und hast du eine Lampe? Eine elektrische sonst kaufe ich mir eine. Ich habe eine elektrische Lampe. Geil. Und verbaust. Was kannst du da kaufen? Ah Messer. Ja du kannst. Ein Witterly Shot den hole ich mir auch. Ah perfekt. Warte das ist super da kann ich einladen. Alter Verträge. Es gibt Verträge. Ja wir machen den Vertrag eins. Da müssen wir mit Schrautflinten und Sprengstoff töten. Ja warte Max ich muss mal zu dir ins Ding. Ah du kannst nicht an. Ja. Ah ja. Ah. Siehst du das oder was? Sieh. Guck ich siehst du den Vertrag eins. Ich habe gesagt den machen wir gleich. Ja. Ich bin es egal. Es hat Hauptsache Schusswaffe. Mit einem Schlachter mit Schrautflinte oder Sprengstoff. Das heisst der Altstrasch sie nicht kippen oder? Machen wir das guck ich. Ja man ist ja wurscht. Perfekt. Es ist eine foggy day. Ja der Map sieht sie 1 2 also ich bin jetzt um. Ja perfekt. Bereit. Bereit guck ich. Bereit. Bereit. Ah. Matchmaking. Oh shit baby. Spawnpunkt wählen Alex. Ja oben und unten. Unten. Links und unten. Unten. Ja unten passt. Guck ich in die machen Rambatsamba weil sonst ziege ich da gar nichts. Ja sonst geht es weiter. Müssen wir mal ein bisschen aufmischen. Es gibt so eine Ability dass man Gegner sieht. Jagen. Es geht los. Bist du da? Alter. Ja ich sehe dich. Geil über richtig geile River. Bist du das? Alter. Ja jetzt bin ich Leute komm. Laufen wir gleich mal bitte. Wow es hat gerade ein lag gegeben. Anscheinend muss es nicht um. Ey. Alter wie laut sind die Viecher. Und die Portia sind mega laut. Ja. Ja geht es nicht gell. Es ist nicht Alex. Die sind mich schon ein bisschen sehr laut. Ja. Bist du so einer? Nein. Wir müssen den Mauspeater mit legen. Ich lasse da mal so. Eiii der Schwede. Da drüben in dem Haus ist was blaues. Ja. Aber das sind so viele Viecher dann hier. Guck ich bei mir lagts immer auf und zu. Ja da vorne ist der Boss Art. Wirklich? Ja. Ja. Ja da schauen wir mal. Ah ja. Ja. Er kommt auf dem Tourist. Und wahrscheinlich hat es so mitgekommen. Schießt ihn ab? Nein. Bis 20. Warum Leute? Ja warte. Schießt ihn ab? Wo ist er? Was er liegt? Er liegt da. Nimm einen Zaun. Nimm einen Zaun. Nimm einen Zaun. Nimm einen Zaun. Ich muss unbedingt das Spiel machen. Das ist extrem laut. Ich hätte mich lagts leider. Der Hund hätte keinen Partei lassen. Hinter uns Zombie. Hör mich. Wann ich? Ah ja. Ich bin auf der Farmer Alex. Der Alex war sehr formuliert. Nimm einen Zaun. Ja du sagst es einfach mal die Basis scannen wird. Du warst gerade auf dem Mappen wechseln. Ja. Das war mal ehrlich. Pass auf mich. Du gehst in der Taschule. Fuck, 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 fuck. Der ist teuer. Waaah. Okay bei mir ist ein Oreo RIP. Scheiße Alex. Zup, zup. Wo bist du? Zup aus der Signal. Fuck, mir geht es dann nicht heiß. Fuck, 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 fuck. Ah, ich zieh dich. Ich bin tot. Alex, du musst dich aufgeben. Du musst mich aufgeben. Ich muss mich aufgeben. Was soll ich hier machen? Du musst mich aufgeben. Du kannst mich retten. Oh, das ist alles so laut. Das ist das kalt. Danke. Kein Problem. Kann ich dir an Medi geben? Du musst dich selber healen. Ich habe erste Hilfe. Geht, guck ich. Kann ich dir nicht mitgeben. Du musst selber erdrucken, das ist es. Was ist da? Ich checke das nicht mal. Ah, dann kannst du die Waffe nachladen. Achso. Mein Schraubladen hat von alleine. Wie? Alex geht, guck. Alex. Warum? Kannst du mich healen? Nein, nicht schlagen, Alex. Ich weiß nicht, wie man healt. Irgendwie funktioniert das? Ich verstehe. Ich verstehe. Scheiße. Ich verstehe. Wie soll ich die healen? Guck ich. Ich glaube, man... Ja, man rett. Man rett. Man rett ganz langsam. Ah. Rechtslicht halten und dann links kick. So können die vielleicht die auch healen. Aber ich weiß nicht wie. Weil das healt mir dann das fixen selber. Ist ja wurscht. Interagieren? Ey, das ist zu und auf gemacht. Ich hör jetzt halt gerade andere Spieler schießen, oder? Ja. Ah. Guck, wo geh ich mal hinter auf? Nein. Nein, da ist unser Team. Was ist da? Da unten? Have to investigate. Karte aktualisiert. Ich hab da gerade irgendeine Lampen geschafft aufzunehmen. Oder zum Werfen. Ich kann auch Lampen werfen. Ja. Da. Ich schloss noch mal zu den Pfingern zurück. Hey, wir kommen auf die Karten. Ah, mit ab. Ich will jetzt sterben. Das ist ja nicht. Ja, wir wissen jetzt wo das Viech ist, Alex. Okay. Ich will auf einmal. Jetzt passiert das jetzt. Ah, ich schloss noch zu den Ketten zurück. Ohohohoho. Was ist da links auf dem Tisch? Am Westen. Nein, ich kann nur das Licht rein und ausschalten. Okay. Okay. Ja, jetzt gehts weiter zur Spinner. Ah, jetzt sind Zombies. Gehen wir mal woanders aus. Nein, nein. 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 Warum, Alter? Verbrauchen. Kriegt man da keine Punkte? Nein. Ja, mit einem Auto. Hinter uns kommen welche. Guck, ich renne weiter. Deswegen hab ich gesagt, schieß nicht. Na komm, du scheiss Fliegerviech. Es flirrt, Alter. Nein, das ist ein Gewicht. Mach den Hieb. Hä? Flukil. Soll ich das Gegenteil? Ja. Flukil. Ja, mach ich gerne. Scheiße, 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 Alex. Ja, komm gerne. Geh die Nachkunft Waffen. Bam. Bam. Ja. Guck, du kommst viel zur Fülle. Geh weiter. Geh aber hinter uns. Wie schaust du aus, du witziger. Guck, du kommst zur Fülle. Hey, die Spinne wird gerade verbannt. Was? 1,20% steht links. Alter, geht schon wer an? Wir müssen schneller sein. Wir müssen mich gerne mal. Ich drehe ja nicht in die richtige Richtung. Ist das die richtige Richtung? Ja. Pass auf. Da ist was im Wasser, guck ich. AXEL, AXEL! Ich bin hinten. Was? Warum ist das so stark? AXEL, du musst mein Ding retzeln. Du musst mein Blut umstauben, warte. Wo ist das Ding, Alter? Das ist nur im Wasser. Ja, warte, wie lange steht das noch bei dir, bis du stirbst? Ich hab gerade eine Schicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woüber steht. Ich hab ja gesagt, ich soll es nicht durchs Wasser. Ich hab ja gewusst, dass das wahnsinnig ist. Oder was das war, Alter. Guck ich schnell raus, Alter. Komm her, oder? AXEL, das ist fast verbannt, Alter. Ich kann mich halt weiter. Schau mal weiter, komm. Nein! Da kommt ein Hund hinter dir. Ich bin tot. Ich bin nach hinten jetzt. Nein, hab ich es geschafft? Ich will nicht mehr. Du bist aber jetzt ganz RIP, glaube ich. Ich bin jetzt ganz RIP, ja. Nein. Ich bin jetzt einfach dreimal gestohlen. Du bist auch zufällig, der Gegner. Ich hab doch verlassen. Nein, ich muss da runtergehen. Ach so, gehen gehen, ja. Ich geh verlassen, guck ich. Dann hab ich Money gemacht, wahrscheinlich. Aber du hast jetzt hier gar nichts gemacht, der Runde hat weder einen Zug erledigt gespielt. Ja, sieh aber. Schau mal mit E. Schau mal mit E gedrückt halt. Was halten? Irgendwas im Kreis schauen. Schau mal irgendwo, wo es blau läuft. Da musst. Da musst hin. Und du wirst angreifen von hinten. Ich würde rausgehen, ja. Egal, der kriegt was mit. Alter. Ich geh einfach zum Ausgaben. Ich geh einfach zum Ausgaben, guck und schau was passiert. Was kannst du noch machen? Dann kannst du nicht wieder zusammenspielen. Da ist der Ausgang. Der Schiff, ja. Oder was auch immer das ist. Extriktion, aber du brauchst. Du musst auch noch da bleiben. Ah, so stirbt man nicht. Wenn man Missionen braucht, heute hätten wir halt Geld gekriegt, glaube ich. Okay, aber jetzt kann ich eh gehen. Dann können wir nächste Runde anfangen. Aber da musst du da was einstellen. Und? Um an einem anderen Tag zu sterben, Alter. Richtig arg. Hey, guck ich, was ich jetzt noch sagen wollte. Ich hab das. Es lag ein bisschen. Es endet, du musst die Grafik runterstellen. Ich hab was gekriegt. Ich geh XP einfach, weil wir irgendeine Viecher gekillt haben. Ja, ich auch. Also ich krieg auch XP wohl gesammelt. Okay. Okay. Ich wär jetzt selber bis auf Steam, wenn A noch zu ihm ist. Ich würde jetzt, ähm... Ich bin jetzt Level... Zwei... Drei... Vier... Zelf, Vier, Mann. Ich bin halt am Level 2er. Ich hab neue Gegenstände. Hab' man gehört, hast Katniss gemacht, oder? Boah, Alter. Ja. Ich muss den Zaun noch bringen, Leute. So, wie du bist... Wie viel Garten hast du jetzt? Du bist im... quasi Minus, gell? Wo? Ja, quasi schon. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die erste Runde gefallen. Ich hab' jetzt noch... keine Erfahrung in dem Spiegel gehabt und wurde mit euch der Spiel erkunden. Und... das nächste Mal wird's weniger lag'n, aber ihr wurdet die erste Runde von uns leider... nicht... schneiden. Abo! Bye, bye!